Musik Auf der EKTEC 2011 wurden den Messebesuchern die neuesten Modelle und Techniken im Bereich der Elektromobilität vorgestellt. Die Vielzahl der verschiedenen Fahrzeuge machte einen deutlich gereifteren Eindruck als noch im Vorjahr. Musik Auch in Sachen Infrastruktur und Vernetzung boten Aussteller Anschauungsmaterial und Informationen für jeden bereit. Musik Für ausgiebige Praxistests konnte man jede Menge Fahrzeuge auf der Teststrecke Probe fahren. Musik Ob hip, ob schick, ob extravagant oder Retro-Renner, auf der EKTEC war alles vertreten und machte Lust auf Elektromobilität. Musik 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 Musik